es geht um eine sechsten Folge vor dem Jahr die Blöden wir spielen euch das letzte vor was mitgezählt ich habe nicht mitgezählt und wir sind zurück die Wunder ist vielleicht warum hängen wir hier um müssen zum Turm gelangen welcher Turm war aus da wurden nicht erläut das liegt daran wie ein ganz kleines mit sich stürzt es die Sitzplätsverlungen haben bei Punkt PC die Wieden zu Teilen mit Lauf und Rekordik Prozess wir gehen uns zur Schlussfolgerung die in der er in der Linke ist es gelaufen in einer Ecke schnell zurück das in Polkost den Pro um der gg auf meiner Seite lang wenn man sie verhältst werden und die können Oh ja. Oh nein. Will ich hier hochklettern? Darf ich nicht. Du musst die Tremme benutzen, weil es sich so gehört. Ich verstehe nicht ganz wunderbar. Und jetzt sollte ich es einnehmen. Ich bin da. Ich mache die Warnsäure einnehmen. Oder soll ich auf die Warnsäure zweimal? Kräftige Arme. Doppeltäter und ich bin vollfriedigend, obwohl ich die Haut raufsaugen. Weil ich mal schneller irgendwo bin als du. Ja, weil ich noch. Sie gibt es. Wie auffällig. Wo soll wir jetzt hier runtergehen und kannst du da drin noch was machen. Guck mal an. Oh, das ist ja die Leitung. Wir brauchen nur noch mal runter zu rutschen. Aber hier rein? Ja hier. Ein Karabinerhaken. Hier ein Bügel. Nimm dir auch ein. Juhu! Ich kann das nicht machen. Ich kann das nicht machen. Wenn der Katz immer zu Ende war. Komm noch mal. Ja, ich konnte nicht so lange. Du kannst nur... Oh, fuck. Ich guckte Event. Ich muss auch tippen. Und dann muss keiner. Die Katz wieder auf mich geschossen. Ich wollte runter wie bei... Blood of the Wild, wenn es regnet. Blood of the Wild wieder. Blood of the Wild, wenn es regnet. Blood of the Wild, wenn es regnet. Ich muss auch mal für die abkonten. Oh, war das geplant? Das ist die Freiheit. Ich will aber genauen. Das geht auch nicht. Das wird ja nicht machen. Ich will mir jetzt abhängen. Ich will jetzt nicht erwerben. Das wird ja nicht ganz schwindig. zu tun wir haben sie auch nicht mehr als mit der Führung nicht das ist die in der Fall das Gefängnis jetzt ist das Spiel vorbei er singt und das ist die Trophäe Platin irgendwelche Klosen dort das machen sie jetzt für uns Back in the prison und wir kleid das Schaft in der Back-to-Back-to-Back-to-Back-to-Back-to-back die jubiläte da und jubiläte es hat er kam bei der Weissel die und es bleibt um ein paar die hat doch funktioniert was beschwerst du dich hat das mein Avatar Ja. Hier. Komm, da. Alles klar. Der Schraub? Ja. Sieht, wir haben wirklich ihn aufgelöst. Sie nutzen alles in die Hand. Wir müssen vorsichtig sein. Ich gehe nicht zurück in. Ich bin zu schön. Ich will den nicht finden. Ich bin ganz woanders als du. Ich glaube, wir treffen gleich wieder. Wahrscheinlich. Da bist du. Ich glaube schon, man spielt an Charter, aber es passiert viel weniger. Man kann auch viel weniger machen. Ja. Ich bin etwasusa. Und waren alle sehrazing wie bellend, lights out a' oder echte. Aber das ist ein wenig. Ja. Ich habe es immer wieder davon Geld. Ich habe etwas versucht, würde ich starke Leute in groove- und kann ich ihn auch ausschalten ja ich habe ihn geknüppelt und diese auch also die möglichen Knüppel also geboxt die München ist die Verholtung des 2 und ein Haufen nehmen wir mal du musst da hin wo ich bin da bin ich auch und mehr aber davon also vor dem 2 2 das ist nicht leichter wir müssen rechnen weil ich will auch noch als ich hab jetzt Lust am Morgen gewonnen muss noch einmal mehr auf das wird so weit ich kann mich von hier hinten anschleichen und ein Mann kommt auch dann wo ich bin hier soll ich sein woche dich einer für mich ich bin im Linken die Dung in die Rechten und die Rechte da und die Mord ja hier 1 1 2 3 wer die Syncron jetzt ich finde es sehr 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 schön und angenehm dass es nicht zusammen nichts zu entdecken kein Grund sich in der Gegend umzuschauen auch für die Gegend zu genießen okay das sind zu viele um den langen Weg gehen warum möchten die denn Verstärker den Schickrich Johnson warum wollen die jetzt unbedingt kriegen mit so vielen Leuten wir sind nur nur zwei ganz normale ja wir sind ausgebrochen ja trotzdem, ich glaub sie machen das in echt so wird zwei Leute ausbrechen ja direkt danach bestimmt werden wo 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 ich bin aber noch nicht gefasst worden ja wir sind zu in den Westen der auf wo wo die tra�� sind dort ich bin klar während der sonst dann ein schadet Alarmsignal-Ding, hast du gesehen? Ja, das hatten schon andere vorhin. Es ist nicht so richtig gut das Spiel, oder? Ja, bisher? Ich würde sagen, es ist ungefähr so gut wie vier Amelos. Das ist meine neue Skala. Autsch. Mein Knie ist immer noch ein Jahr her. Und immer? Tut es immer weh? Nein. Manchmal. Ja. Wollen werden umschwungen. Ja. Keine Ahnung. Morgen schnell, dass wir dann gehen. So lange es Ihnen dort das verdammten Ausbruch zu schnappen schätze. Soll ich mal rechts lang gehen? Ja. Soll ich mal rechts lang gehen? Dann sind wir mal wieder zwei. Ja. Die knäuchern sich nur gegenseitig an. Ich glaub, all, zwei, drei. Soll ich nicht mal rechts aufhebeln. Wollen kann man sich nicht die Waffen aufhebeln? Wollen das nicht ein Charme sie ist? Und das Spiel dir sehr genau vorschreibt, was du darfst. Soll ich mir sagen, was das einzige Spiel ist, in dem es Waffenbesitz gibt? jetzt erst jetzt gibt es keine Schuld mehr alle gesagt wir können uns jetzt auch nicht in die Zelle kuscheln nein wir sind durch so ein Haus durchgefallen und über eine abgegrissene Seil das sieht aus wie genau ich kann nicht die Maschenrad zauen na dann wird nur mein Weg was meinst du ich finde ja dein Reizfahrer ehrlich gesagt wir haben auch Prozent unterschiedlich machen können das ist interessant gewesen das war sie beides für sie euch kann ich fahren ich kann nur Beifahrer sein ich bin bald erledigt nur ich bekomme ich bin dass wir an der Nähe der Bissauer Fahrer außerhalb der Kanzel außen das ist ein Mann die Fall ist gut Nein. Ich würde jetzt hochzufangen. Ich bin entspannt. Ja. Ich kann Vollgas geben bei dir? Ja, ich kann Vollgas geben. Ach, du bist recht. Ja, du bist recht. Nee, ich bin links. Du musst links. Ja, sag ich. Ja, schluss gesagt, du bist rechts. Versteck dich. Versteck dich. So, ich bin nicht versteckt. Ich bin doch rechts. Du musst dich verstecken. Ja, nein. Bei dir ist es eben auch aufgeklopft, als der... Doch, das stand auch bei dir versteckt. Ich bin doch wünscht, Joguzo. Ja, Leo, mein ich. Ich hab nur das Ding gefahren, oder nicht? Ja, ich konnte Vollgas geben, du nicht. Du konntest ihn nur verstecken. Ja, hab ja auch die ganze Zeit gemacht, aber du sollst dich dann auch einmal verstecken. Guck dir das Video an, man. Hier sind die Hunde in Don Zier. Ja. Ja, es ist auf jeden Fall gut gegangen. Ich weiß nicht nur nicht. Ich bin relativ gut. Perfekte Hunde. Chico ist in Don Zier. Ob man das wohl machen, hätte ich machen können, dass du über die Brücke gehängelt bist? Sah so aus, ne? Ich weiß nicht, ob man das beide ist auch so gut machen. Ach, shit! Ich denke, ich sehe einen Schiff auf meine Hände. Hör auf, ich mag Dots. 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 Verhunderlich. Verhunderlich. Prozent und das über den Käfig und haben wie das war doch müssen auch in den Prozess gut eine Branche und die Textur nachgeladen ganz toll ganz doll nachgeladen das ist der Papst und ich überhaupt nicht, das ist gar nicht der Papst das ist die das Harri das ist die Rave stimmt das ist gar nicht, das ist zu viel Risiko der Preis muss das wird nicht passieren aber hör das wird nicht passieren Harri, ich muss mit dir sprechen warte du hast es? das ist wichtig du musst das hören Schau take the deal or stop wasting my time okay okay Hannah Geschäftsmann Mhm. Mhm. Das Böse. Ja, das hat wohl auch was das Spiel ist, sehr deutlich gesagt. Oh, ein schöner Spätsommerwald würde ich sagen. Auch eine Art, Wähler zu kategorisieren. Was ja, was halt? Statt Mischwald. Genau. Was ist das Gegenteil von Mischwald? Nadelweit. Aber, oder Laubwald. Ja. Mischwald ist Nadel- und Laubgemisch. Ja. Nicht verschiedene Laubsaugen. Das wäre dann kein Mischwald auf uns. Laubmischung. Ja. Das wäre nur ein Laubmischwald. Okay, ich würde sagen, gute Zensur. Zensur oder Zensur? Zensur. Ja. Noch, äh. Möchtest du noch mal sagen? Schon mal knurrt der Magen nicht. Ich erfahrt viel Spargel. Oh, hast du schon dupkelt seitdem? War bei Mist auch nicht. Genau. Die Dialogisiere noch weiter. Wir kriegen's gar nicht mit. Naja, haben wir auch im Grund, um unsere Videos zu gucken. Ich freu mich schon drauf. Wayout 6. Bye. Bye.